Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor-IG-Folder aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice-Hoodies-T-Shirts, Handyhöhlen-Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Footwrap-Battle gegen meinen Bruder. Heute gibt es die ersten FIFA 19-Transfer. Wir nehmen also die Spieler mit, die gewechselt sind, die schon eine Transferkarte haben. Aber auch die zählen, die noch keine Transferkarte haben. Aber in FIFA 19 natürlich bei einem anderen Verein spielen werden. Leute, das ist gerne ein Like, das ist gerne ein Abo. Oder wenn euch das Video gefällt, falls ihr das Ganze nochmal sehen wollt, eskalieren mit den Likes, Leute. Danke für unseren Support, falls ihr nicht abonniert habt. Abonnieren, kostenlos, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt mal in die Kommentare, was war für euch bis euch... Was? Was? What? What the fuck? Was laber ich hier? Was war für euch bislang, das wollte ich sagen, der beste Top-Transfer in dieser Saison? Ich denke mal, alle werden jetzt CR7 schreiben. Vielleicht die Higuain auch, vielleicht irgendwas ganz komisches. Marez, Lema? Keine Ahnung. Schreibt es mal rein, Leute. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Video. Checkt noch seinen Kanal aus, Link ist in der Beschreibung. Und checkt noch unseren Shop aus. Falls ihr für den Sommer noch ein freshes T-Shirt braucht, ihr wisst es, die Kamo-Sachen in grün, in blau, in rot und in grau. Und wie immer an allen vier Farben gibt es die Kollegen hier, ihr wisst es, als T-Shirt. Aber natürlich auch als Pullover. Also gerne abchecken, Link zu meinem Shop ist wie immer ganz oben in der Beschreibung. Von mir unterschrieben gibt es wie immer eine gratis Autogrammkarte zu jeder Bestellung gratis dazu. Und dann würde ich sagen, danke an jeden, der mich auch kaum unterstützt. Wir starten. Bleibt bis zum Schluss da an. Let's go. Ey, was soll das? So, mal die 4-5-1 heute. Ich fange an und dann schauen wir doch mal, ob wir direkt den ersten Transferspieler bekommen. Wir haben fünf Stück, keiner davon ist bislang gewechselt. Ja, bei Isco gab es immer mal wieder Gerüchte mit dem FC Bayern, aber ich denke mal nicht, dass das passieren wird. Und ja, von den anderen ist keiner wechselt. Kann ich eigentlich Garry Bale mitnehmen. Der wird auch da bleiben, vor allem jetzt, wo Ronaldo weg ist. Von daher, alles easy. Oh, Lachun, der ist gewechselt. Allerdings, nee, Canseo. Und dann mit Canseo, ich weiß nicht, ob Lachun, ähm, ob der dieses, also in der Sommerpause gewechselt ist oder schon Winterpause. Das ist ja egal. Wir haben Canseo und der ist in der Winterpause zu Juve gewechselt. Also die erste neue Karte für FIFA 19 hätte ich am Start 1-0 für mich. Weiter geht's vielleicht mit Goretzka? Hm, nee. Joao Mario, das ist ganz komisch, Mann. Weil Joao Mario, eigentlich ist der auch gewechselt, ja. Weil der war zwischenzeitlich kurz ausgeliehen zu West Ham. Jetzt ist er wieder zurück bei Inter Mailand. Äh, irgendwie ganz komisch, Alter. Deswegen weiß ich jetzt nicht, der Wechsel, na, es war eine Laie. Würde ich sagen, lass mich nicht mitzählen, die Laien, ne. Nee, nee, die Laien, lass mich nicht mitzählen. Wo, ich muss nochmal ganz kurz, ich schau mal ganz kurz nach, wie das jetzt mit Joao Mario genau war. Okay, ich hab grad nochmal nachgeschaut. Also, Joao Mario war jetzt nur ausgeliehen. Aber ist ja so gesehen auch in FIFA 19, da wieder eine neue Karte. Aber den gab's jetzt auch schon so als Interversion in FIFA 18. Also von daher, sollen wir den als Transfer zählen lassen? Aber es ist ja eigentlich ein Transfer. Ja, nimm jetzt einfach mit. Okay, wir lassen ihn zählen, Leute, weil eigentlich ist ja auch ein Transfer, ne. So, damit, oh, der linkt sogar den hier, den Kollegen über Portugal, perfekt. Weiter geht's. Okay, von denen ist keiner gewechselt, beziehungsweise ich wüsste es jetzt nicht auf den ersten Blick. Leute, ich kann sein, dass ich vielleicht mal einen übersehe oder so. Ich weiß natürlich auch nicht alle Transfers, hundertprozentig auswendig. Also, seht's mir nach. Vielleicht Alisson im Tor, come on. Nein, aber Patricio, der ist auch gewechselt. Junge, ich kriege voll viele Transferkarten. Und zwar zu den Wolves. 3 zu 0 hier für mich also bislang. Aber du hast ja auch noch keine Chance, hier überhaupt irgendwie ein paar Punkte zu machen. Thiago, Khedira, Kante, Modric, Pogba. Okay, bei vielen von denen gab es Wechselgerüchte. Allerdings werden, glaube ich, alle bleiben. Thiago soll jetzt auch bei Bayern bleiben. Modric gab's immer wieder Gerüchte, dass Inter interessiert ist. Aber ich denke mal, der wird bei Bayern nicht weggehen. Nehmen wir trotzdem mit. Weiter geht's auf die Stürmerposition. Muto haben wir da. Der ist, glaube ich, gewechselt. Gian, what the fuck? Das ist eine Classic Hero-Karte. Und der Muto ist doch gewechselt von Mainz, ne? Ich meine auch zu West Ham. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, wohin der gewechselt ist. So, ihr habt nachgeschaut. Nicht zu West Ham. Falsche Information. Zu Newcastle ist er gewechselt. Bei diesem Simeone gibt's hier immer Gerüchte, dass er zu Atletico Madrid gehen soll. Okay, wir nehmen Muto mit. Dann habe ich den vierten Transferspieler für FIFA 19. Also, 14-0 für mich. Weiter geht's. Vielleicht mit Leon Goretzka, Le Bräune, Marquisio, Kanté, Sanson und Kouke. Von denen ist keiner gewechselt bei Kanté. Gab's mal Gerüchte, dass PSG interessiert ist, weil Kylian Mbappé angeblich zum Boss gesagt hat, ey, hol mal Kanté. Der würde gut zu uns passen. Aber ich denke mal, der wird bleiben. Weiter geht's mit den fünf Spielern. Ich glaube, von denen ist keiner gewechselt. Wir nehmen mal Goulam mit. Okay, Innenverteidiger und linkes Mittelfeld. Let's go. Kompany, Koluka. Höwedest! Ey, Höwedest! Da war auch der Transferkarte. Dasselbe mit der Laie, aber wir haben ja gesagt, wir lassen es mitziehen, weil es ist ja eine neue Transferkarte. Aber Höwedest soll wohl woanders hingehen. Anscheinend zum Lokomotiv Moskau. Ich glaube, der Deal ist sogar schon klar mittlerweile. Also, haben wir die fünfte? Ne, vierte, ne? Ne, fünfte. Fünfte Transferkarte. 5 zu 0. Läuft auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beschweren. Ey, 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 okay. Der ist, Berisha, der ist gewechselt. Zu Lazio. Das weiß ich noch. Der war nämlich vorher bei Salzburg. Haben wir unseren Glitzen. Jetzt ist der bei Lazio. Alter, sechste Karte, Junge. Er hat sechs Transferkarten. Läuft richtig gut. Aber noch keine der Topkarten, wie Ronaldo und Co. Aber naja, was soll's. Jetzt kannst du eigentlich mal Kanté mitnehmen. Ja, ich nehm mal Kanté mit hier. Zwei Team of the Year's. Der kam jetzt dreimal. Ich hab ihn schon dreimal nicht mitgenommen. Der arme, Alter. Der kam jetzt dreimal. Ich hab ihn nie mitgenommen. Jetzt ist er am Start. Oh, Cavani als 98er. Belotti, Bonaventura, Ribery und Dybala. Wir nehmen Cavani mit Highest Rated. Immer wieder die Gerüchte mit Real. Aber ich denke mal, er wird bei PSG bleiben. Draxler. Auch immer mal wieder Gerüchte gewesen. Mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Asmun. Ich weiß nicht, ob der gewechselt ist. Könnte sein. Nehmen wir einfach mal mit. Ey, ich weiß es nicht. Kein Bock jetzt nachzuschauen. Gewechselt ist Lapiat. Leute, wir lassen ja eh nur die Topspieler mitzählen. Deswegen Moreno nehmen wir mit. Du hast nicht Nolito mitgenommen. Der ist fett. Kann schon sein. Ey, Pirin. Ey. Den gibt es eigentlich als Juve-Karte auch. Aber wir haben gesagt, das haben wir vorher gesagt, wir lassen diese Karten auch mitzählen. Also Pirin ist ja eigentlich eine Juve-Karte. Das wäre dann meine siebte jetzt. Kann man machen, ja. Jetzt noch Ronaldo. Dann wäre ich echt zufrieden. Komm, Ronaldo darf nicht fehlen. Bape, Walker. Den Nadja Kovacic, von denen ist keiner gewechselt. Wir nehmen Bape mit. Komm, und sieben Stück habe ich. Ich will hier noch vier bekommen. Habe ich das volle Team? Müller, Kosta, Neymar, Kain, von denen ist auch keiner gewechselt. Nehmen wir Kosta mit. Ich glaube, es bleibt bei sieben. Oh, der könnte auch wieder heftig werden. Pogba, Müller. Wie oft habe ich Müller eigentlich schon bekommen jetzt? Alter, das gibt es doch nicht. Kasimiro war auch noch am Start. Von Müller und Martinez sind da auf diesen Bildern voll gleich. Ja, stimmt echt, ey. Wir nehmen Pogba mit. Heiß-Rated. Weiter geht es. Der wird auch wieder heftig. Was ist hier los? Naja, wird auch nicht so heftig. Das ist immer bei Busquets. Ja, Busquets. Ey, Veratis da heißt Rated. Okay, komm, einen noch. Eine Transferkarte noch. Jungs, mach keinen Scheiß jetzt hier. Äh, Puh. Ja, Zabaletta Legende. Okay, zwei Karten noch. Dann sind wir fertig. Wohin ist Mori. Könnte sein, dass er gewechselt ist. Aber wir lassen eh nur die Topkarten zählen. Trip hier. Aber Topkarten würde dann eigentlich die Silberkarte auch nicht zählen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Na was? Der Heer, Testegen. Okay, von denen ist auch keiner gewechselt. Okay, wir haben gesagt, wir lassen nur die Topkarten zählen. Das heißt, wir... Trab nicht gewechselt? Ne, Trab ist nicht gewechselt. Noch nicht. Das heißt, wir lassen jetzt Berisha mal nicht zählen. Ja, weil wir vorher gesagt haben, nur die Topkarten. Und Berisha ist jetzt keine Topkarte. Also bin ich bei sechs, ja? Du brauchst Minimum sechs. Wir schauen mal, was er macht. So, ab geht's. Vier, drei, zwei, eins. Das klassische Klatschen immer vor seinem Draft. Man kennt es. Ja. Zählt drauf. James zählt nicht, weil der ist ja immer noch bei Bayern. Der ist ja für zwei Euro ausgeliehen. Das ist nur ein Fix in der Hinsicht. Okay, nimmst du Suarez mit. Okay, da lief es bei mir schon mal besser am Anfang. Ne, das ist Bale. Ich hatte Suarez. Ah, stimmt. Das ist bei mir besser. Ah, warum? Naja, was heißt besser? Du hast hier higher rated Karten bislang mit Valencia. Nimm ihn mit. Es ist bei 90. Aber du hast keine Transferkarte da bislang. Schauen wir mal. Würde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen. Ey, du brauchst aber ein gutes Team, Alter. Ist der Galaxy? Ach, keine Ahnung. Der würde auch nicht mitzählen, ganz ehrlich. Aber du hast schon zwei pinke Karten, ne? Vielleicht machst du hier den neuen pinken Kartenrekord, Alter. Mal schauen. Kedira, Tolisso, Herrera. Ey, du hast die ganze Zeit echt Pech, Mann. Bislang noch kein Transferspieler. Herrera, ja. Ja, der linkt immerhin den guten Valencia. Aber okay, du kannst gleich ein paar direkt hintereinander bekommen. Und dann ist alles wieder easy. Warte, lass kurz schauen. Sokrates. Sokrates musst du mitnehmen. Arsenal, dahin ist er jetzt hingewechselt. Erste Karte wäre am Start. Das heißt, wir sind bei den sechs. Ja, der linkt sogar wegen Premier League. Wir sind bei einem 6 zu 1. Aber das wird noch schwer für dich. Oh, das ist bitter. Ah, warte mal. Boateng ist aber noch nix Picks. Ja, Boateng. Immer wieder die Gerüchte. Miranda. Miranda ist auch nicht gewechselt. Aber, ja. Du kannst jetzt Boateng mitnehmen. Ist der Highs Rated. Aber kann sein, dass jetzt, wenn ihr das Video seht. Ich weiß nicht, wann ich so hochladen werde. Vielleicht der Wechsel schon fix ist. Ja, aber irgendwie kommt da nix zustande. Mit Boateng wird irgendwie seit acht Wochen verhandelt. So gefühlt. Areola, Zila, Donnarumma, Neto. Von denen ist auch, glaube ich, keiner gewechselt. Nimmt Areola mit Highs Rated. Okay, drei Pinkelkarten hast du schon. Alter, das ist gar nicht so schlecht, ey. Weiter geht's. Coutinho, Goretzka. Ey, Goretzka. Goretzka musst du mitnehmen. Das ist jetzt eine Transferkarte. Der ist ja bei Bayern in der nächsten Saison. Das heißt, zwei Transferkarten. 6 zu 2. Okay, du kommst nochmal ran. Wenn du jetzt noch ein bis zwei bekommst in der Startelf, dann ist das gar nicht so schlecht. Leider nicht. Kein Transfer. Milinkovic, Savic könnte eventuell noch wechseln. Aber ist er noch nicht an einem Gündogan mit. Hast gute Chemie. Bam. Okay, dein Chemie ist voll gut, man. Außer dem Torwart passt nicht ganz. Oh, das ist das. Natürlich war richtig geil. Ey, die Legende mit seinem Riesenkopf. Keko e Kombo. Ne, Keko. Ne, Kembo e Koko. So rum. Der war, glaube ich, noch nie in dem Draft dabei. Der? Der? Der haben wir schon voll auf bekommen, aber nie mitgenommen. Doch, eigentlich schon voll auf. Das ist eine Legende. Warte mal, lass mal gucken. Ne, Coutinho. Coutinho als alte Karte. Coutinho würde nicht mitzählen. Es ist keiner gewechselt. Das heißt, du kannst Isco Disco mitnehmen. Gibt es eventuell immer noch die Gerüchte zu Bayern, aber da würde, denke ich mal, nichts zustande kommen. Ihr kennt es doch. Weiter geht's mit Salah. Caseo. Ja, da ist die dritte Karte zu Juventus gewechselt. 6 zu 3. Es könnte ehrlich noch mal spannend werden. Ey, das gibt es nicht. Ich will Ronaldo haben. Ich will den unbedingt tragen. Warte kurz, das überlegen. Can Drehva. Ne, ist von denen kein. Ja, okay, Barclay ist gewechselt, allerdings schon in der letzten Winter- oder letzten Sommerpause schon. Also, ist schon zu lange her. Ja, Verton kannst du mitnehmen. Okay, tu mal. Ne, bringt. Ja. Okay, ist aber higher rated. Schon mal besser. Du brauchst gar nicht nur ein Torhüter. Deine Chemie geht echt sogar. Warte, lass mal kurz schauen. Iniesta. Ja, damit hast du den nächsten 6 zu 4. Iniesta wird es ja leider in FIFA 18 nicht mehr geben, weil es die Mannschaft oder die chinesische Liga ja leider nicht gibt, ey. FIFA 18. Äh, FIFA 19, sorry. FIFA 19. Äh, warte, tausch mal. Ja, genau. Ne, bringt auch nichts. Okay, dann lass, ja, lass erst mal so, würde ich sagen. Okay, 6 zu 4, ey. Das könnte jetzt nicht mal spannend werden. Du brauchst noch zwei Spieler. Oh, Marcelo. Boah, das ist bitter, Mann. Messi gibt es auch mal, Messi gab es mal die Gerüchte und mit Inter Mailand, Hazard gab es die Gerüchte, mit Barca und Real. Was ist das für Matri Di? Matri Di ist nicht gewechselt, letzte Saison. Oh, ja. Kannst Messi mitnehmen. Okay, tu ihn mal rein. Zack, dann bist du auf 7,80 Chemie. 91 gehört, um 7,80 Chemie, voller Stability. Bislang. Ja, das bringt, oh, das bringt ja doch was. Okay. 92 gehört. Boah, geht klar. Okay, mach weiter. Let's go. Ich bin auch Ronaldo, Matri Ronaldo. Ja, du brauchst noch zwei Transferkarten, von denen es... Tim Maria. Ne, auch, er ist schon nicht so lange bei PSG jetzt. Äh, ne, ist auch nicht gewechselt. Das heißt, du kannst Neymar mitnehmen als Highs-Rated. Ja, ich glaube, ich brauche halber mehr. Ne, brauchst du nicht. Für die Chemie wäre das broke, also kannst du eigentlich Neymar fürs Rating mitnehmen. Okay, du hast noch sieben Spieler, brauchst noch zwei Transferkarten fürs Unentschieden. Ah, Kosta. Ja, Kosta zählt, weil der ist diese Saison erst fix gemacht worden. Der war ja nur ausgeliehen. Also, Kosta 6 zu 5. Nein. Jetzt wird es aber spannend. Jetzt will ich aber noch Ronaldo. Das ist die letzte Chance auf Ronaldo. Oh, nein. Oh, Giroud, warte mal. Giroud ist auch diese Saison erst gewechselt. Aber, was heißt diese Saison? Der ist... Ne, ne, Quatsch. Der ist in der letzten Winterphase gewechselt. Das zählt nicht mit. Sanchez ist genauso im letzten Sommer gewechselt. Oder im letzten Winter. Ich weiß gar nicht mehr. Bape nimmst du mit. Ja, das bringt nichts. Okay, mach deine letzten fünf Karten. Du brauchst nur Minimum einen Spieler. Dann hast du einen Unentschieden. Bei zwei hast du gewonnen. Aber bei einem Spieler hättest du einen Unentschieden. Aber du hättest auch gewonnen, weil du das viel, viel bessere Draft hast. Warte mal. Keine davon gewechselt. Ich glaube... Wir müssen mal nachschauen. Ich glaube, Gondalon ist gewechselt. Ich schau mal kurz nach. Okay, Gondalon haben wir gerade nochmal nachgeschaut. Ist auch schon im letzten Sommer gewechselt. Also würde das jetzt auch nicht zählen. Kannst du... Egal, wen mitnehmen. Nimm ihn trotzdem mit. Vielleicht zählt er doch. Mal schauen. Ne, er zählt auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, im letzten Sommer gewechselt. Cavalio Knight. Also die nächste Transferkarte 6-6. Ist bei Betis Zivia jetzt. Okay, du brauchst noch eine. Let's go. Come on, drei Spieler noch. Ich muss irgendwie... Ah, du hast eh schon gewonnen jetzt. Weil du ja das bessere Gesamtteam hast. Hast du einfach davon gewechselt? Keine Ahnung. Henrichs kann sogar sein. Ja, Henrichs ist nicht gewechselt. Ja, Henrichs nicht. Aber nimm irgendeinen mit. Ist scheißegal. Ja, nimm Henrichs mit oder Montoya. Okay, die letzten zwei Spieler. Vielleicht kriegst du eigentlich Buffon, Alter. Das wäre nice. Buffon darf doch nicht fehlen bei so einem Team. Oh, Gondin. Gibt es immer wieder Gerüchte, dass er wechseln könnte. Aber, Nebel, es bringt dir keine Chemie. Du musst auf den Torwart hoffen jetzt. Auf den letzten Spieler. Let's go. Vielleicht Buffon. Gianluigi, komm. Ah, hoplack. Oh, shit, egal. Warte, ist einer... Nein, ist nicht scheißegal. Egal, Leute. So, das war es dann von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da. Tausch mir ein Yester und... Na, ist dann auch nichts, glaube ich. Das war es dann von diesem Video, Leute. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Der Kollege hat mal wieder gewonnen hier. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare, was für euch der Top-Transfer bislang war. Und ihr checkt jetzt noch unseren Shop aus. Für die Kamo-Sachen in grün, in blau, in rot und in grau in allen vier Farben als T-Shirt. Aber natürlich auch als Pullover hält ich. Wie immer gibt es zu jeder Bestellung von mir unterschrieben eine gratis Autogrammkarte zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abschenken. Danke an jeden, der uns damit im Kauf unterstützt. Er sortiert hier noch kurz sein Team. Aber viel ist hier nicht mehr möglich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, Leute. Macht's gut und... Ciao. Ciao.